Hallo, ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten zeigen zu Formen, zu Körpern, die keine Zylinder sind. Und zwar könnte ja folgendes passieren. Wir haben hier zwei Kreisflächen, die aufeinander sind. Und die eine bewegt sich von der anderen weg, aber nicht rechtwinklig zur Fläche, sondern schief. Dann entsteht sowas hier. Und nicht mehr so ein Zylinder, sondern der müsste dann so aussehen. Und das kann ich hier mal an diesem schwarzen Zylinder zeigen. Wir haben also einen Zylinder, einen normalen Zylinder, einen geraden Zylinder. Er könnte aber auch so aussehen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com